Ich freue mich eigentlich über ganz viele Dinge. Ich freue mich zum Beispiel über ein gutes Essen oder über Begegnungen mit Menschen. Vielleicht das am meisten, wenn ich wieder nach Hause komme und meine Familie sehe oder wenn ich Freunde sehe, die ich lange nicht getroffen habe. Also Grund zum Freuen gibt es immer wieder. Ich glaube, Joy to the World lebt dann so richtig, wenn viele dabei sind. Freude ist ja etwas, was man teilen muss mit anderen. Und Joy to the World heißt ja, man trifft sich, man kommt zusammen, man teilt eine Freude, die riesengroß ist und die dann größer wird für alle Einzelnen, wenn man zusammenkommt und wenn die Freude noch mal vertieft wird und dann alle noch mal neu im Päckchen Freude mit nach Hause nehmen. In den letzten drei Monaten gab es bestimmt viele schöne Momente, viele schöne Begegnungen und der VfB hat ab und zu mal gewonnen. Nicht allzu oft, aber wenn, dann habe ich mich richtig gefreut. Ja, endlich mal wieder Pfingstmissionsfest bei der LM. Das war schon lange nicht mehr so, wie es eigentlich sein soll nach der ganzen Corona Pause und ich hoffe sehr, dass wir ein richtig fettes Fest feiern und viele Leute dabei sind und der Berg so richtig gerockt wird. Also Pfingsten 2022 wird ein Highlight werden. Joy to the World.